Bei mir klingelt's, bei mir klingelt's, bei mir klingelt's, Knüppel. Ich bin's nicht. Wer klingelt um so eine Uhrzeit? Deine Nummer gelegt. Nein, die Türklingel. Ach, die Tür. Ey, nicht, dass da wieder jetzt alles vor der Polizei steht oder sowas. Keiner da, Knüppel. Habt ihr die Klingel gehört, Chat? Mutter nimmt am Haustelefon nicht ab, ich mach mir schon Sorgen. Jetzt ist er an die Tür gegangen, weil's geklingelt hat. Scheiße, ich Idiot ruft bei mir am Haustelefon an. So dumm kann auch keiner sein. Denk, wunder mich, warum's hier klingelt. Okay, alles klar, ich bin geistig. Ruhe, Chat. Hallo, Jens. Hat's geklingelt bei euch? Bei uns geklingelt? Du hast angerufen jetzt. Ja, bei mir hat's an der Tür geklingelt. Bei dir an der Tür? Moment. Ja, also hier ist niemand drauf. Guck mal bitte, ich bin live im Stream, guck mal bitte, ich hab mir in die Hose geschissen. Warum? Ja, weil's klingelt. Um 22 Uhr. Bei mir klingelt nie jemand. Da ist aber niemand. Nimm Messer mit. Ich hab da keine Angst mehr. Komm, man kriegt keine gepumpt, der braucht nix mehr, dem reiß ich die Eier raus. Da ist nix. Gut. Mensch. Also schließ mal gleich vorne ab. Schließ ab! Ist die schon abgeschlossen. Meine Mutter, dem reiß ich die Eier raus, ist gut. Alles klar. Super. Danke, ist keiner da. Hat irgendeiner Klingelstreich gemacht. Tschüss. Tschüss. Meine Mutter hat unten eine Situation im Griff, da sagen alle, renn runter. Boah, meine Mutter, hast du gehört, dass so meiner kommt, dem reiß ich die Eier raus. Da kommst du mit die Hunde, ne? Da kommen die Hunde, die Chihuahuas. Meine Mutter, das ist spontan meine Mutter. Folgt ihr auf Instagram für mehr davon. Ihr wisst doch. Das ist spontan meine Mutter. Ah, die haut auch wieder einen raus, ne? Da hast du auch schon wieder Angst, dass die Twitch-Guidelines zuschlagen, ne?